Es herrscht reger Betrieb hier am deutschen Pavillon. Wir sind jetzt am Stand des Bundeslandes Baden-Württemberg. An meiner Linken steht Frau Cornelia Frank und zunächst mal herzlich willkommen zu RERI PV TV. Wir haben hier im Grunde lauter Firmenstände, aber Sie sind als Bundesland Baden-Württemberg hier. Warum diese Entscheidung? Das Land Baden-Württemberg hat in dem Bereich PV sehr, sehr viel zu bieten. Wir haben sehr, sehr viele Unternehmen aus dem Bereich Maschinen und Anlagenbau, die für die PV-Industrie zuliefern. Und diese Firmen haben sehr, sehr gute Chancen in Nordamerika auf den Markt zu kommen. Und wir unterstützen diese Aktivitäten von den Unternehmen. Wir unterstützen die Unternehmen bei der Markterschließung in Nordamerika und nutzen solche Präsenzen einer Bundesbeteiligung, eines deutschen Standes, um eben auch Werbung hier für das Land Baden-Württemberg zu machen. Na gut, Baden-Württemberg und Nordamerika, der Nordwesten Amerikas, in dem wir uns gerade befinden, sind doch gar einige Kilometer voneinander entfernt. Was erwartet sich das Land von dieser Selbstpräsentation hier in Nordamerika? Das Land selber erwartet, dass es mehr Kontakte zu amerikanischen Unternehmen gibt, mit dem Ziel, dass diese Unternehmen entweder in Baden-Württemberg investieren oder eine Kooperation mit baden-württembergischen Unternehmen eingehen, um so eben wieder Geschäftsmöglichkeiten für das Land zu generieren. Gibt es eine Art Datenbank baden-württembergischer Unternehmen, die hier für den nordamerikanischen Markt gedacht ist? Genau, es gibt eine, unter der Internetseite www.bw-invest.de gibt es eine Datenbank, auf der sich baden-württembergische Unternehmen aus allen Industriebereichen, aber eben auch aus dem erneuerbaren Energienbereich präsentieren, auf die US-amerikanische Unternehmen zugreifen können, um zu sehen, welche Firmen gegebenenfalls als Partner in Frage kommen könnten. Würden Sie auch amerikanische Firmen unterstützen, die sich in Baden-Württemberg ansiedeln möchten? Absolut, das ist eines unserer Hauptziele, dass wir US-amerikanische beziehungsweise weltweit Unternehmen auf den Standard Baden-Württemberg aufmerksam machen. Wir sind eine sogenannte One-Stop-Agency, wir unterstützen die Unternehmen bei der Standardsuche, bei der Personalsuche, bei der Partnersuche, bei allen Fragen, die relevant sind, wenn man ein Büro oder eine Niederlassung in Baden-Württemberg eröffnen möchte. Gut, herzlichen Dank Frau Cornelia Frank, wir sind hier am Stand des Bundeslandes Baden-Württemberg.